Hallo zusammen, ich bin Simon. Ich bin im ersten Lehrjahr als Pharmassistent in der Anklein Apotheke. Und ich bin Madumita. Ich mache eine Lehre als Pharmassistentin in der Anklein Apotheke. Und wir zeigen euch mehr von unserem Berufsalltag. Was mir hier an der Anklein Apotheke sehr gefällt, ist, dass wir zwar eine kleine Apotheke haben, aber trotzdem ein sehr familiäres Verhältnis im Team, aber auch zu den Kunden haben. Und du bekommst als Lehrling sehr viele Verantwortung über. Das Coole an unserer Lehre finde ich, dass der Beruf mega vielfältig ist. Also man kann telefonieren, herstellen und später lernt man lange bedienen. Was mir an der Anklein Apotheke gefällt, ist, dass wir es alle mega gut haben im Team. Und uns als Lernende werden mir geholfen, wenn wir Fragen in der Schule, aber auch sonst. Was du für die Lehre mitnehmen musst, ist sicher das Interesse am Menschen, an der Erkrankung und an der Behandlung. Und du musst offen sein und guten Kunden zuhören können. Und dich auch in sie hineinversetzen, damit du auch das Bestmögliche zurückgeben kannst. Ich habe mich für diese Lehre entschieden, weil ich schon immer in der Apotheke arbeiten wollte. Und weil das Herstellen im Labor mir sehr gefällt. Und wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch bei uns in der Anklein Apotheke. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.